Willkommen in unserem Reifenhotel. Wir befinden uns an der Räderwechselstation. Zu den saisonalen Wechseln werden hier sechs Tage die Woche Räder im 10-15-Minuten-Takt gewechselt. Nach dem Wechsel werden diese gewaschen und genauestens von uns auf Beschädigungen geprüft. Den Zustand der Felgen und Reifen kann der Kunde dann jederzeit in seiner App nachvollziehen. In unserer Reifenhalle lagern wir für unsere Kunden pro Saison über 2000 Radsätze professionell und sicher ein.